Welche Fähigkeiten und Künste müssen der Mann und die Frau beherrschen, um ein vollwertiges und mit Glück erfülltes Familienleben zu führen? Unsere Ahnen haben in den Veden aufgeschrieben, dass sowohl der Mann als auch die Frau jeweils 64 Fähigkeiten und Künste beherrschen müssen, um ein erfülltes Leben führen zu können. Im Folgenden werden diese Fähigkeiten und Künste aufgezählt. Schauen wir uns zunächst die Fähigkeiten an, die eine Frau beherrschen muss. 1. Die Entschlossenheit haben, ihrem Ehemann zu folgen 2. Die Fähigkeit, ihrem Ehemann die größere Freude zu bereiten 3. Die Fähigkeit, die Wünsche des Ehemannes zu erraten und diese zu realisieren, noch bevor der Ehemann diese ausspricht 4. Die Fähigkeit, unter jeglichen Umständen im Geiste gesammelt zu sein 5. Die Fähigkeit, ihre sexuelle Energie zu steuern, um in ihren Kindern die hochspirituellen und tugendhaften Vorfahren des Ehemannes inkarnieren zu können 6. Reinheit und Sauberkeit 7. Wissen um Liebesspiele und um Liebkosungen 8. Kenntnis unterschiedlicher Liebesstellungen 9. Die Fähigkeit, sich auf schöne Weise zu entkleiden 10. Die Fähigkeit, beim Ehemann an sich Interesse zu wecken, durch eigenes Verhalten und Kleidung 11. Die Fähigkeit, sich selbst zu präsentieren 12. Die Fähigkeit, den Ehemann zu erregen 13. Die Fähigkeit, den schlafenden Ehemann zu verlassen, ohne ihn aufzuwecken 14. Die Fähigkeit, nach dem Ehemann einzuschlafen 15. In jeder Position schlafen können 16. Die Fähigkeit, unterschiedliche Massagen zu machen, um so die Gesundheit und Langlebigkeit aufrecht zu erhalten 17. Kenntnis der Kräuterheilkunde 17. Kenntnis der Beschwörungsheilkunde 18. Kenntnis verschiedener alltäglicher und ritueller Etiketten und Zeremonien 19. Kenntnis der Grundlagen der Astrologie, um so astrologisch günstige und ungünstige Tage bestimmen zu können 20. Die Fähigkeit, mit den Elementen der Natur zu kommunizieren 21. Die Fähigkeit, ihre Haare richtig einzusetzen 20. Kenntnis über die Bestimmung verschiedener Frisuren und wie man die Haare zu solchen Frisuren anlegen kann 22. Kenntnis verschiedener menschlicher Charakterzüge und Charaktereigenschaften 23. Die Fähigkeit, eine bestimmte, in dem Augenblick notwendige Charaktereigenschaft zu zeigen 24. Die Fähigkeit, bestimmte Gefühle auszudrücken und diese zu kontrollieren 25. Kenntnis darüber, wie man seine Ehre und Würde schützen und verteidigen kann 26. Die Fähigkeit, zum logischen Nachdenken, um bestimmte Ereignismuster zu identifizieren und Schlussfolgerungen zu machen 27. Die Fähigkeit, die eigenen Gedanken redegewandt und lebhaft schön auszudrücken 28. Kenntnis haben von Spielen, welche die Denkfähigkeit eines Menschen entwickeln 29. Die Fähigkeit, den Haushalt zu führen und die finanziellen Mittel richtig zu verteilen 29. Kenntnis von Maßeinheiten wie Länge, Gewicht, Volumen, Dichte und so weiter 30. Kenntnis des Besteuerungssystems 31. Die Fähigkeit, zu verhandeln und Geschäfte zu machen 32. Die Fähigkeit, sein Recht beweisen zu können und seinen Standpunkt zu vertreten 33. Die Fähigkeit, in anderen Menschen ihre Charaktereigenschaften und ihr wahres Wesen zu erkennen 34. Die Fähigkeit, Träume zu enträtseln und Vorzeichen zu deuten 35. Die Fähigkeit, sich in jeder Umgebung eine gemütliche und geborgene Heimatmosphäre zu schaffen 36. Die Fähigkeit, aus Ton oder Lehm Haushaltsgegenstände verschiedene Utensilien oder Spielzeug anzufertigen 37. Herstellung von Stoffen und Garnen aus verschiedenen Materialien Herstellung und Dekoration von Kleidung Kenntnis der Bedeutung unterschiedlicher Knoten und Verzierungen Kenntnis der Bedeutung unterschiedlicher Kleidungsutensilien 38. Herstellung von Farben Färben von Stoffen, Garn, Kleidung und verschiedenen Utensilien Kenntnis der Grundlagen der Farblehre 39. Kenntnis über die Eigenschaften von Steinen und die Fähigkeit, diese Steine richtig einzusetzen Beispielsweise Edelsteine 40. Beherrschung der Kochkünste und Zubereitung von Getränken 31. Kenntnis über Wildpflanzen und die Verwendung dieser Pflanzen im Alltag, in der Ernährung und in der Heilbehandlung 42. Die Fähigkeit, im Garten gute Ernte zu bekommen, diese Ernte richtig zu lagern und zu konservieren, um so Lebensmittelvorräte anzufertigen 43. Kenntnisse der Tierhaltung 44. Kenntnisse, wie man mit Tieren kommuniziert und ihnen spielerisch bestimmte notwendige Verhaltensweisen beibringt 45. Die Fähigkeit, den Zustand eines Menschen an seiner Schrift zu erkennen und die Fähigkeit, die eigenen Gedanken in schriftlicher Form deutlich und kompetent auszudrücken 46. Die Fähigkeit, den eigenen Gemütszustand und die eigene Wahrnehmung der umgebenden Welt in Form von gemalten Bildern und Zeichnungen weiterzugeben 47. Die Fähigkeit, Girlanden, Kränze und Blumensträuße auf richtige Weise anzufertigen und ihre verborgene Bedeutung kennen 48. Kenntnis von Märchen, Sagen, Legenden, Redewendungen und Volksliedern 49. Anfertigung von Puppen für Spiele, für Rituale und für Beschwörungen 50. Verfassen von Gedichten und Liedern und deren Aufführung 51. Kenntnis über günstige und ungünstige musikalische Rhythmen, Kombinationen und Melodien und die Ausführung dieser auf verschiedenen Musikinstrumenten 52. Die Fähigkeit, sich plastisch zu bewegen und zu tanzen zu verschiedenen Melodien 53. Kenntnis von unterhaltsamen gesellschaftlichen Freizeitspielen, die die Beweglichkeit und Geschicklichkeit eines Menschen fördern 54. Die Fähigkeit, sich in der Umgebung zu orientieren 55. Die Fähigkeit, mit verschiedenen Objekten zu jonglieren 56. Die Fähigkeit der Täuschung Dazu gehören beispielsweise unterschiedliche Geistestricks, Streiche, Geschicklichkeit der Hände, List 57. Die Fähigkeit, von anderen Menschen gedachte Zahlen, Namen, Gegenstände, Phrasen usw. zu erraten 58. Kenntnis von ratenbasierten Spielen Das sind Rätselspiele, Denkaufgaben, Silbenrätsel, Versteckspiele und ähnliches 59. Die Fähigkeit, die Gegner und Feinde in die Irre zu führen 60. Kenntnis verschiedener Debattenspiele, wo es darum geht, sein Gegenüber mit logischen Aussagen zu überzeugen 61. Die Fähigkeit, richtig zu weinen 62. Die Fähigkeit, den wütenden Ehemann zu beschwichtigen 63. Die Fähigkeit, die Eifersucht des Ehemannes zu steuern 64. Die Frau muss in der Lage sein, ihre Verpflichtungen auch dann zu erfüllen, wenn sie ihren Ehemann verliert 64. Das heißt, eine Frau, die all diese Fähigkeiten und Künste beherrscht, sie wird automatisch in jeder Gesellschaft und unter allen möglichen Umständen eine führende Rolle einnehmen. Das wird ihr die notwendige Attraktivität verleihen, um einen würdigen Ehemann auswählen zu können. Diese Eigenschaften verleihen ihr die Möglichkeit, gemeinsam mit ihrem Ehemann familiäres Glück zu erlangen. In allen anderen Fällen, wenn eine Frau also über keine oder nur über einige dieser Fähigkeiten verfügt, wird sie in ihrem Familienleben leiden, weil sie nicht richtig in der Lage sein wird, ihre vorgeschriebenen Verpflichtungen vollumfänglich zu erfüllen. Diese Künste jedoch garantieren ihr ein vollwertiges, erfülltes und glückliches Leben. Das gleiche gilt auch für die Männer. Es gibt ebenfalls 64 Fähigkeiten und Künste, die ein Mann beherrschen muss, um ein erfülltes und glückliches Familienleben führen zu können und um erfolgreich zu evolutionieren. Folgende Verpflichtungen für den Mann stehen in den Veden geschrieben. Nummer 1. Die Fähigkeit, mit den Geboten der Ahnen, mit den Gesetzen der Götter und mit dem Willen des Urvaters bewusst in Übereinstimmung zu handeln. 2. Danach zu streben, die Eigenschaften des Wissens zu erlangen. Wir haben bereits angesprochen, dass es 21 Punkte des Wissens gibt, welche ein Mann beherrschen muss. 3. Kenntnis der vedischen Schriften. 4. Die Fähigkeit, sein Bewusstsein in den astralen Körper, in den mentalen Körper, in den Körper des Intellektes und in den seelischen Körper zu übertragen. 5. Kenntnis der staatlichen Organisationsstruktur und die Fähigkeit, seinen gerechten Standpunkt zu vertreten. 6. Die Fähigkeit, seine Gefühle zu kontrollieren. 7. Die Fähigkeit, die Lebensenergie und das Kraftzentrum Chara zu steuern. 8. Die Fähigkeit, sowohl in seiner Familie als auch in der Gesellschaft für geordnete Verhältnisse zu sorgen. 9. Die Fähigkeit, seine Ehefrau zu lehren. 10. Die Fähigkeit, sich in der Umgebung zu orientieren. 11. Die Fähigkeit, mit den Elementen der Natur zu kommunizieren. 12. Die Fähigkeit, seine Kopfhaare und die Barthaare richtig einzusetzen. 13. Kenntnis der Volksbräuche und Durchführung von Ritualen, die von den Ahnen vermacht worden sind. 14. Kenntnis der Grundlagen der Astrologie, um so astrologisch günstige und ungünstige Tage bestimmen zu können. 15. Reinheit, sowohl körperliche als auch geistige Reinheit. 16. Die Fähigkeit, unterschiedliche Massagen zu machen, um so die Gesundheit und Langlebigkeit aufrecht zu erhalten. 17. Kenntnis der Kräuterheilkunde, Kenntnis der Beschwörungsheilkunde, Kenntnis der Heilung mit Lebensenergie und so weiter. 18. Besitz von Ehre und Würde. Die Fähigkeit, sich selbst, seine Familie, seinen Familienstamm, sein Volk und die Heimat zu verteidigen. 19. Beherrschung verschiedener Kampfkünste. 20. Vollkommenheit in der Beherrschung von Kriegsspielen, von militärischer Strategie und Taktik. 21. Erfahrung in der Beherrschung und im Einsatz verschiedener Waffenarten, Beweglichkeit und Geschicklichkeit im Umgang mit diesen Waffen. 22. Die Fähigkeit, sich plastisch und geschickt zu bewegen, bei tanzender Ausführung der Nahkampftechniken. 23. Die Fähigkeit, verschiedene Arten von Waffen, Ausrüstung und Werkzeugen herzustellen. 24. Die Fähigkeit, Gebäude zu entwerfen und diese zu bauen. Kenntnis verschiedener baulicher Symboliken. 25. Die Fähigkeit, zum logischen Nachdenken, um bestimmte Ereignismuster zu identifizieren und Schlussfolgerungen zu machen. 26. Die Fähigkeit, unter jeglichen Umständen im Geiste gesammelt zu sein. 27. Die Fähigkeit, die eigenen Gedanken, redegewandt und lebhaft schön auszudrücken. 28. Kenntnis verschiedener menschlicher Charakterzüge und Charaktereigenschaften. 29. Kenntnis haben von Spielen, welche die Denkfähigkeit eines Menschen entwickeln. 30. Kenntnis verschiedener Debattenspiele, wo es darum geht, seinen Gegenüber mit logischen Aussagen zu überzeugen. 31. Die Fähigkeit der Täuschung. Dazu gehören beispielsweise unterschiedliche Geistestricks, Streiche, Geschicklichkeit der Hände, List. 32. Die Fähigkeit, die Gegner und Feinde in die Irre zu führen. 33. Die Fähigkeit, von anderen Menschen gedachte Zahlen, Namen, Gegenstände, Phrasen usw. zu erraten. 34. Kenntnisse von ratenbasierten Spielen. Das sind Rätselspiele, Denkaufgaben, Silbenrätsel, Versteckspiele und ähnliches. 35. Die Fähigkeit, den Haushalt zu führen und die finanziellen Mittel richtig zu verteilen. Kenntnis von Maßeinheiten wie Länge, Gewicht, Volumen usw. 36. Kenntnis des Besteuerungssystems. 37. Die Fähigkeit zu verhandeln und Geschäfte zu machen. 38. Die Fähigkeit, die Charaktereigenschaften, die Fähigkeiten, den Gemütszustand und die Absichten eines Menschen anhand seiner Gangart, seiner Bewegungen, seiner Gesten, seines Gesichtsausdrucks und seiner Körperhaltung zu erkennen. 39. Die Fähigkeit, den Zustand eines Menschen an seiner Schrift zu erkennen und die Fähigkeit, die eigenen Gedanken in schriftlicher Form deutlich und kompetent auszudrücken. 40. Die Fähigkeit, den eigenen Gemütszustand und die eigene Wahrnehmung der umgebenden Welt in Form von gemalten Bildern und Zeichnungen weiterzugeben. 41. Kenntnis über die Eigenschaften von Steinen und die Fähigkeit, diese Steine richtig einzusetzen, beispielsweise Edelsteine. 42. Die Fähigkeit, Träume zu enträtseln und Vorzeichen zu deuten. 43. Die Fähigkeit, Girlanden, Kränze und Blumensträuße auf richtige Weise anzufertigen und ihre verborgene Bedeutung zu kennen. 44. Die Fähigkeit, aus Ton und Lehm, Baumaterialien, verschiedene Utensilien, Haushaltsgegenstände und Spielzeug anzufertigen. 45. Herstellung von Stoffen und Garnen aus verschiedenen Materialien und Weiterverarbeitung dieser Stoffe zu Kleidung, zu Dekoration und zu anderen Utensilien. 46. Kenntnis der Bedeutung verschiedener Kleidung und Verzierungen an dieser Kleidung. 46. Herstellung von Farben, Färben von Stoffen, Garn, Kleidung und verschiedener Utensilien. 47. Beherrschung der Kochkünste und Zubereitung von Getränken. 48. Kenntnis über Wildpflanzen und die Verwendung dieser Pflanzen im Alltag, in der Ernährung und in der Heilbehandlung. 49. Die Fähigkeit, im Garten gute Ernte zu bekommen, diese Ernte richtig zu lagern und zu konservieren, um so Lebensmittelvorräte anzufertigen. 50. Kenntnisse der Tierhaltung. 51. Kenntnisse, wie man mit Tieren kommuniziert und ihnen spielerisch bestimmte notwendige Verhaltensweisen beibringt. 52. Kenntnis von Märchen, Sagen, Legenden und Kenntnis der von den Ahnen vermachten Gebote. 53. Verfassen von Gedichten und Liedern und deren Aufführung. 54. Kenntnis über günstige und ungünstige musikalische Rhythmen, Kombinationen und Melodien und die Ausführung dieser auf verschiedenen Musikinstrumenten. 55. Die Fähigkeit, mit verschiedenen Objekten zu jonglieren. 56. Die Fähigkeit, seine sexuelle Energie zu steuern. 57. Die Fähigkeit, zusammen mit der Ehefrau den Wirbel der sexuellen Energie so stark zu entfalten, dass ein Aristokrat gezeugt werden kann. 57. Aristokrat besteht aus drei Wurzelben. Ari steht für das Wort Aria, Sto steht für das Wort Hundert und Krat steht für das Wort Fach, in diesem Fall Hundertfach. Aristokrat bedeutet also Mensch, der die Kraft von Hundert Arian hat. Oder, dass ein Bajarin gezeugt werden kann. Bajarin bedeutet erleuchteter, strahlender, starker und tapferer Mensch. 58. Die Fähigkeit, seine sexuelle Energie zu steuern und sie mit der sexuellen Energie der Ehefrau in verschiedenen Liebesstellungen zu vereinen. 59. Kenntnis der Kunst des Liebesspiels und der Liebkosungen. 60. Die Fähigkeit, die Ehefrau zu befriedigen und ihr das größere Vergnügen zu bereiten. 61. Kenntnis der geheimen Bedeutung weiblicher Kleidung und des Schmucks und die Fähigkeit, diese an seine Frau richtig zu schenken. 62. Die Fähigkeit, seine Ehefrau nicht zu kränken. 63. Kenntnis zärtlicher, liebevoller Wörter und die Fähigkeit, sie richtig anzuwenden. 64. Seine vorgeschriebenen Verpflichtungen dem Familienstamm gegenüber gewissenhaft erfüllen. 64. Die grundlegenden Verpflichtungen eines Mannes bestehen also darin, seine Pflicht gegenüber dem Familienstamm zu erfüllen. Und diese 64 Fähigkeiten und Künste helfen ihm dabei, nicht nur ein erfülltes und glückliches Familienleben zu führen, sondern sie ermöglichen ihm auch, eine vollwertige Evolution in der menschlichen Form des Lebens zu durchlaufen. 64. Wenn ein Mann alle diese 64 Fähigkeiten und Künste beherrscht, dann geht seine evolutionäre Entwicklung in rasanter Geschwindigkeit voran. 64. Die Fähigkeit und Künste 44. Die Fähigkeit, die Fähigkeit, die Fähigkeit von Künste, die Fähigkeit von Künste, die die Fähigkeit von Künste, die der Schmerzen des Spannungsbausleken, wirklich nicht nur vom Künste. Untertitelung des ZDF, 2020